Salam jetzt ihr Gang, ich bin Naumhoop und heute gibt es wieder mal ein neues Fortnite-Video, Freunde. Ich habe mir gedacht, wir können auf dem Kanal RTGaming nicht viel verbringen, deshalb kommt heute mal wieder ein Fortnite-Highlight-Video. Also in diesem Video werden zwei Runden enthalten sein. Eine Runde habe ich mit Nick erspielt, leider nicht gewonnen, aber war sehr knapp. Und eine Runde, da habe ich mit der RC-Gang, also mit Aaron, Joey und Nick, eine Runde erspielt. Die lief auch gar nicht schlecht, wir haben leider nicht gewonnen, aber auf jeden Fall gönnt euch das Video bis zum Schluss und Film ab dafür. Wohin? Malusik. Können wir machen. Ich lande hier gerade in der kleinen Station hier vor, weil hier Nick ist, Digga. Aber bei mir sind welche. Der hatte keine Waffe, der ist weg. Der ist away. Hatte keine Waffe, digga. Das ist ein Kammelgewehr. Brauchst du es nicht? Ich hab schon eins. Ja, er läuft bei dir. Und ich hab die Drecks AK, digga. Oh. Eke? Ja. Hab ihn. Wie Kommission hast du? Äh, 26. Ich hab eine. Wow, warte, dann geb ich dir bisschen. Nein! Ich hab diesen Gefettfinger, digga. Äh, das sind die, die... Langen. Ja. Warte, wie viel geb ich dir? Gib mir fünf, sechs Stück, das weiß ich nicht. So. Kann ich nicht. Aber ich merke schon, der wollte... Digga, der wollte auf... Auf... Nicht-Gönner-Modus wollte er mich mit seiner scheiß Minigun abschießen. Ich hab schon gesehen, digga. Der lässt eiskalt eine Munitionsküste liegen, alter. Digga, was ist... Was ist hier passiert? Ist mal ehrlich, digga. Na, ich hab mich wohl getroffen. Ich komm grad zu dir. Warte, ich schau kurz mal. Okay, wart noch kurz auf mich, bitte. Ich nehm mir noch hier das... Eine Medikit mit, was da oben ist. Ja. Nehm mich noch kurz mit. Digga, wo ist das? Muss ich weiter hoch oder was? Ah, hier. Wichtig. Ah, Digga. Es bahnt sich ne gute Runde an, Digga. Mhm. Start her, guck. Kommt... Ah, nach... Ah, ne, da... Wollen wir den da oben holen, oder? Lieber nicht. Ich bin grad... Ich bin auch am überlegen, dass man ihn will. Ah, ne, der wird gepusht, der wird schon gepusht. Schau's mal. Mhm. Aber wir laufen halt ziemlich frei rum. Das ist halt... Das andere Belastende. Lass mal da in das Waldstück da gehen. Lass mal. Scheiße. Wenn wir halt in der Luft sind, dann zieht uns jeder. Dann ist auch nicht gut. Ah, Alter. Lass uns frei rum. Da von hinten kann keiner kommen. Da ist die Zone. Nebenrum bauen wir zu. Wo ist die Zone? Oh, bei Lucky Landing, Digga. Lull. Wir könnten ja theoretisch mit dem Windkanal direkt durchziehen. Ja, können wir machen. Das ist klar. Es läden noch voll viele, die die kleinen Zähne. Was ist denn? Lass mal los von dem. Ah, wir direkt durchziehen. Alle fighten so. Wir ziehen direkt durch in die Zone, Alter. Ich glaube, bei Lucky sind sogar schon welche. Ja, klar. Ist ja auch die einzige Stadt. Aber ich hätte nicht erwartet, dass schon welche da sind. Was? Ich geh mal hier hoch. Machen wir. Machen wir. Dann kommen wir. Handauersnipen. Oh. Da ist ja jemand. Oder was? Boah, da muss nur Treppe hin, dass der von der hinschießt. Was wird das? Wo ist der? Da hinten beim LKW oder? Da vorne sind zwei, da vorne sind zwei, schau mal. Ja, aber die werden ja gepusht durch die anderen da, da vorne bei oben. Ja, die beide sind's. Wieder einer Hit. Der baut um sein Leben, den kann ich nicht sehen. Er kommt, Alter. Oder? Ich weiß nicht, ob er kommt. Ja, der ist da, warte. Ja, der ist da, warte. Der Paul gerade da, hast du gesehen? Ja, da ist es. Okay. Der eine ist weg. Der eine ist weg. Hast du den oder was? Ja, der eine ist weg. Ja, weg oder down? Down nur. Aber wo ist der andere, Digga? Der andere ist nach vorne bei oben. Ja. Ja. Ich denke, nicht vorne. Der vorne in den Haus gerade aus von uns ist er nicht. Ah, ich knappe mir mit dann sehr gut, ich hab nämlich 103. Ich hab 27. Jetzt aber 15 bis dahin. Wir gehen abgefahren da raus, das ist voll dumm, wenn wir zurückgehen. Ja, die fallen da vorne auf jeden Fall. Digga, meine Hände schwitzen, das mag ich nicht. Digga noch, noch zwei Teams Digga. Da oben ist einer, oder? Ah, shit. Schnell, schnell. Ah, der pusht uns, der pusht uns. Ach man, ich bin so ein Idiot. Bauen, immer bauen, immer bauen. Bauen, nicht unten bleiben. Bauen. 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 Bei sowas werde ich einfach viel zu aufgeregt und bauen einfach. Bauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020